Es ist wieder Zeit für das Buch der Woche und heute stelle ich die Macht der Disziplin vor. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und heute geht es um dieses wunderschöne Buch. Es ist endlich mal ein Buch, was glaube ich gar nicht so bekannt ist, auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, was ich aber wirklich top finde. Ich finde es wirklich top. Es ist von Roy Baumeister und wie schon im Intro gesagt, heißt es die Macht der Disziplin. In meinen Augen, Disziplin ein super wichtiges Thema, ein super wichtiges Thema. Und wie gesagt, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Link findet ihr gleich in der Beschreibung, wenn ihr euch das Ganze holen wollt. Ich habe natürlich wieder die absolute Premium-Zusammenfassung gemacht, wo es quasi wirklich nur um die essentiellsten Punkte geht. Das bedeutet, ihr kriegt in schnellster Zeit die wichtigsten Informationen und gleichzeitig lohnt es sich noch richtig krass, für euch das Buch selbst noch zu lesen, weil ihr da einfach sozusagen die konkrete Struktur, die ich euch jetzt gebe, wenn ihr das dann lest, habt ihr das im Vorhinein schon. Ihr wisst schon, worum es gehen wird. Seid viel klarer darüber, was euch erwartet und könnt dann alle anderen Details noch besser aufnehmen, weil ihr nicht damit beschäftigt seid, überhaupt erstmal die Struktur zu verstehen. Und speziell im hinteren Teil vom Buch gibt es nochmal ein paar richtig coole Storys und auch nochmal kleinere Hacks, auf die ich jetzt gar nicht eingehe, weil wir wirklich jetzt hier in drei Seiten, da habt ihr es, zwei Seiten, erste Seite, wirklich nur das Allerwichtigste besprechen werden. Also, starten wir rein. Die Macht der Disziplin. Es geht natürlich in dem Buch um Disziplin und zwar Selbstdisziplin. Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist im Prinzip, wird auch in der Einleitung gesagt, einer der absoluten Kernfaktoren für Zufriedenheit. Für Zufriedenheit. Und das finde ich schon mal eine krasse Sache, weil Disziplin wird einfach oft mit Produktivität in Verbindung gesetzt. Einfach je disziplinierter ich bin, desto mehr, ja es kann ich geben und desto erfolgreicher werde ich und so weiter. Aber Selbstdisziplin ist vor allem auch ein großer Faktor für die Zufriedenheit. Und das finde ich ein super spannendes Thema, weil wie ist Selbstdisziplin denn eigentlich definiert? Selbstdisziplin ist die Fähigkeit, sich selbst zu kontrollieren. Und Disziplin und Kontrolle sind ja schon Wörter, die vielleicht ein bisschen so diesen negativen Ich-muss-Faktor irgendwie mit reinbringen. Aber so soll es eigentlich gar nicht sein. Einfach nur, seht es im Prinzip so, als es Disziplin deine eigene Fähigkeit, deinen Spielcharakter, den dein Körper hier in dieser Welt sozusagen darstellt, ähm, ja, darstellt. Das bedeutet, je besser du, ähm, den kontrollieren kannst, desto mehr macht es natürlich auch dieses Spiel zu spielen. Stell dir vor, du bist ein Computer spielen und du kannst deinen Charakter nicht kontrollieren. Dann ist es irgendwie so, dann macht er einfach so, was er halt gerade möchte. Und das ist halt irgendwie schwierig. Und je höher du deine Selbstdisziplinierst, desto mehr Kontrolle hast du über den Charakter. Und dann ist es eigentlich wieder was total Positives, weil du dein Leben eben so steuern kannst und deine Handlungen, wie du es selbst möchtest. Ähm, was gibt es zu kontrollieren? Es gibt im Prinzip Instinkte zu kontrollieren. Es gibt, beziehungsweise eigentlich, eigentlich in Sachen Kontrolle unterteilt der Mr. Baumeister hier, ähm, vier Dinge, die wir mit unserer Selbstdisziplin kontrollieren können. Das sind im ersten Moment Gedanken, das sind deine Emotionen, das sind deine Impulse, also beispielsweise, oh, ich will ans Handy gehen, ähm, und das ist Leistung, also Konzentration. Das bedeutet zum einen, Gedanken, Emotionen, Impulse sind irgendwie sehr ineinander verwebt, ja, das sind quasi all die Dinge, die in dir so vorgehen, ähm, die du vielleicht ein bisschen variieren möchtest. Und dann eigentlich als ein bisschen andere Sachen noch Leistung, Konzentration. Das bedeutet jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt hier die Zusammenfassung schreibe, dass ich mich wirklich auf das Buch konzentriere, okay, was steht da drin und so weiter. Wenn du dich wirklich aufs Lernen beispielsweise fokussierst, das ist, ähm, dieser Konzentrationsaspekt. Und je mehr wir jetzt versuchen, diese vier Dinge zu kontrollieren, oder je mehr wir uns versuchen zu konzentrieren, desto stärker sinkt unsere Willenskraft. Das bedeutet, je mehr wir versuchen, etwas anderes zu machen, als das, was wir natürlicherweise machen würden. Und was wir natürlicherweise machen würden, ist ziemlich primitiv, wir würden wahrscheinlich sehr viel schlafen, wir würden sehr viel essen, wir würden sehr viel Sex haben und atmen. Ich glaube, irgendwer so wäre das. Weil unser Körper natürlich einfach nur aufs Überleben und Fortpflanzen ausgelegt ist. Und durch unsere Selbstkontrolle schaffen wir es sozusagen einfach noch stärker das zu tun, was uns vielleicht auch langfristig glücklich macht. Und beispielsweise auch, anerkennung ist auch ein großes Thema, ja. Ich glaube, auf natürlicher Weise streben wir sehr stark nach Anerkennung. Und durch Selbstdisziplin können wir dann einfach sagen, es macht eigentlich keinen Unterschied, ob Leute jetzt sagen, was ich mache, super toll ist. Es geht einfach nur darum, dass ich es für mich selbst gut mache. Das ist beispielsweise auch Selbstdisziplin. Und je mehr wir da eben einen Einfluss drauf nehmen, desto stärker sinkt unsere Willenskraft. Und unsere Willenskraft ist für alle vier Aspekte, für Gedanken, Emotions, Instinktkontrolle, so wie Fokus auf Leistung und eben starke Konzentration, ist für all diese vier Aspekte gleich. Und grundsätzlich für alles, was wir tun, auch wenn wir Entscheidungen treffen und so weiter. Alles, was du tust, geht sozusagen vom gleichen Willenskraftkonto ab. Man kann sich immer so vorstellen, sagt man so schön, wie so ein Tank, du stehst morgens auf mit einem fixen Tank an Willenskraft und immer wenn du irgendwas kontrollierst bei dir selbst, irgendwas für dich beeinflusst, Entscheidungen triffst, desto stärker sinkt dieser Tank. Und es gibt nur einen Tank. Das heißt, du kannst diesen Tank komplett mit Gedankenkontrolle leer machen, du kannst ihn komplett mit Emotionskontrolle leer machen, du kannst ihn komplett mit Konzentration auf Leistung leer machen. Es ist egal. Alles zielt vom gleichen Tank weg. Es ist nicht so, du hast einen Tank für Emotionen, einen Tank für Gedanken, einen Tank für Leistungen, einen Tank für Entscheidungen und so weiter, sondern alles ist im gleichen Tank. Das ist super, super wichtig, weil der Punkt ist dann jetzt zusätzlich, was passiert denn eigentlich, wenn diese Willenskraft sinkt? Was passiert ist, dass du dich schwieriger kontrollieren kannst. Du kannst deinen Charakter schwieriger in die Richtung steuern, wie du es gerne hättest. Ihr kennt es bestimmt. Ihr liegt im Bett, scrollt durch Instagram, schaut ein YouTube-Video, was weiß ich, und wollt eigentlich lernen und schafft es dann einfach nicht, euch zu motivieren. Es geht einfach nicht. Das ist dann eben der Punkt, wenn die Willenskraft sehr, sehr low ist. Und das Schwierige, warum das so eine krasse Challenge ist, vor allem wenn es nicht darum geht, etwas zu tun, sondern etwas nicht zu tun. Es gibt zwei Arten von Situationen, in denen du Willenskraft anwenden kannst. Entweder beim Lernen beispielsweise, du willst dich dazu motivieren, zu lernen. Das ist quasi eine Hinzu-Motivation. Du versuchst, dich dazu zu bekommen, eben zu lernen. Und dann gibt es eben noch von etwas weg oder eben etwas nicht zu tun. Beispielsweise keine Schokolade essen, ja, nichts Süßes essen. Dann versuchst du nur, das nicht zu tun. Das bedeutet, solange du nichts tust, machst du eigentlich alles richtig. Und speziell, wenn es um diese Art, diese Weg-von-Motivation ist, etwas nicht zu tun, wenn es um eine Challenge ist, etwas nicht zu tun. Speziell dann kommt die folgende Komponente rein, die sehr, sehr tricky ist. Und zwar ist es nachgewiesen, dass je niedriger deine Willenskraft ist, desto stärker deine persönlichen Empfindungen sind. Ich persönlich kann es aus eigener Erfahrung nicht hundertprozentig unterstreichen. Also jetzt nicht so, dass, wenn deine Willenskraft niedriger ist, du auf einmal alles tausendmal krasser wahrnimmst. Also so ist es nicht. Aber wenn man ein bisschen darauf achtet, merkt man schon, dass man einfach ein bisschen Impuls getrieben ist. Emotionen fühlen sich stärker an. Und das bedeutet auch, dass deine Verlangen größer sind. Und das bedeutet beispielsweise, wenn du keine Schokolade essen willst und du niedrige Willenskraft hast, das bedeutet, dass du im ersten Schritt mal weniger Willenskraft hast, um von dieser Schokolade wegzubleiben. Und gleichzeitig ist dein Verlangen aber auch größer. Das bedeutet, es ist doppelt schwierig. Weswegen es eben so wichtig ist, dass man die Willenskraft eigentlich nicht unter ein gewisses Level droppen lässt. Kann auch mal Sinn machen, ist mal vonnöten. Aber man sollte sich vor allem bewusst sein, in dem Moment, wo die Willenskraft unter ein gewisses Level droppt, ist es einfach sehr, 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 sehr schwierig, alle Dinge, die du nicht machen möchtest, auch wirklich nicht zu tun. Kommen wir zur nächsten Seite. Was ist jetzt im Prinzip der Aspekt? Was ist der Punkt, den man machen möchte? Im Prinzip, wenn man sich überlegt, okay, wie will ich Selbstdisziplin erreichen? Wie will ich besser im Prinzip leben? Kann man zwei Dinge machen, also wie man mit seiner Willenskraft umgeht. Zum einen bist du natürlich eine hohe Willenskraft. Ja, den Tank, den wir vorhin besprochen haben, der soll natürlich möglichst groß sein. Wenn ich einen riesigen Tank habe, kann ich damit auch im Prinzip total fahrlässig umgehen und laute Entscheidungen treffen und laute Emotionen kontrollieren und so weiter und ich habe einfach genug. Deswegen ist es egal. Und der zweite Punkt, den du natürlich maximieren willst, ist nicht die Größe des Tanks, sondern wie schnell du die Willenskraft verlierst. Das bedeutet, wenn du natürlich auch nur einen ganz kleinen Tank hättest, aber es irgendwie schaffst, relativ wenig Willenskraft einzusetzen und trotzdem die richtigen Dinge zu tun, wäre das ja auch vollkommen in Ordnung, weil dann verbrauchst du ja wenig Willenskraft, aber du brauchst auch wenig. Und das sind im Prinzip so die zwei Variablen, wenn wir das fast schon so als mathematische Gleichung sehen, sozusagen Selbstdisziplin ist gleich große Willenskraft oder des Willenkrafttanks mal, oder im Prinzip, wenn wir das genau machen, durch die Geschwindigkeit, wie du die Willenskraft verlierst. Und wenn du das verstehst, dass es eigentlich nur um die zwei Aspekte geht, dann ist die Frage, wie kann ich zum einen meine Willenskraft erhöhen und zum anderen dafür sorgen, dass ich im tagtäglichen Leben weniger Willenskraft verbrauche. Und da, wenn wir um die hohe Willenskraft sprechen, ist zum ersten Mal Ernährung wichtig. Das bedeutet, ganz einfach ausgedrückt, dass du nachhaltige Treibstoffe verwendest. Ich glaube, es gibt einen nach, wie heißt das, langkettige Kohlenhydrat, aber da bin ich nicht der Experte. Im Buch, worauf es scheinbar ankommt, steht glykämischer Index. Das heißt, ich glaube, jedes Lebensmittel hat einen glykämischen Index, der sozusagen aussagt, wie schnell dadurch deine vermutlich Glucosespeicher gefüllt werden. Das heißt, es gibt Essen, das wenn du isst, vor allem Zucker beispielsweise, das hat diese Strohfeuereffekte. Du kriegst von den Rush, aber flacht auch schnell wieder ab. Und davon wird abgeraten. Weil du im ersten Mal, natürlich krass schon mehr Disziplin und so weiter, weil du Glucose, hängst, glaube ich, fast eins zu eins zusammen, wie viel Willenskraft du hast. Wenn du viel Glucose im Körper hast, hast du auch viel Willenskraft, aber eben, wenn das so ein Rush-mäßig ist, wie so ein Strohfeuer, nur ganz kurz. Nur ganz, ganz kurz. Du hast es, und dann ist es aber wesentlich niedriger. Und deswegen wird empfohlen, nachhaltige Treibstoffe zu verwenden mit einem geringen glykämischen Index. Das wäre beispielsweise Brot, also wirklich Vollkornbrot, Nudeln, glaube ich auch, aber da muss man auch aufpassen, gibt auch Nudeln, glaube ich, mit einem hohen glykämischen Index. Auf jeden Fall einfach Nahrung, wo ihr, wenn ihr es isst, ihr spürt, dass es langfristig ist. Das macht euch länger seit Haferflocken beispielsweise oder so. Darauf achten, Gesundheit ist super, super wichtig. Das bedeutet, je gesünder du bist, desto mehr Willenskraft hast du auch. Wenn du eher gerade ein bisschen, ja, verstopft bist und so weiter, sinkt deine Willenskraft auch, weil dein Körper da dann wieder sehr viel Glucose in die Abwehr stecken muss. Das ist noch ein anderer Punkt. Und auch, wie wach du bist. Das heißt, wenn du die ganze Zeit müde bist und verschlafen, hast du natürlich auch weniger Willenskraft. Deswegen versuch, habe ich schon ganz oft gesagt, richtig schlafen. Vielleicht werde ich auch zu richtig schlafen, mal extra noch ein Video machen. Schade ich mir gleich mal auf. richtig schlafen. Und Wachheit ist natürlich super wichtig. Das heißt, wenn du da einen richtigen Rhythmus hast, sehr gut schläfst, dann wirst du auch eine höhere Willenskraft haben. Jetzt ist dann natürlich noch die Frage, wie kann ich es auch schaffen, möglichst wenig Willenskraft einzusetzen. Da gibt es im Prinzip zwei sehr gute Methoden. Zum einen natürlich Routinen, Gewohnheiten, werde ich auch noch ein extra Video dazu machen. und Ziele. Ziele hat schon jeder von euch gehört. Okay, ich brauche ein Ziel. Dann kannst du darauf hinarbeiten und so weiter. Was aber jetzt in dem Buch auch noch eine interessante Studie gab. Zwar wurde verglichen, ob Monatspläne oder Tagespläne effektiver sind. Das bedeutet, wenn ich mir überlege, okay, beispielsweise geht über 30 Tage, war die Studie. Die eine Gruppe sollte an jedem Tag sich im Vorhinein überlegen, was sie da machen wollen. Keine festen Zeiten für den jeweiligen Tag festlegen. Sondern nur sagen, was möchte ich an welchem Tag machen. Beispielsweise, da möchte ich drei Stunden lernen, da möchte ich zwei Stunden lernen, da möchte ich ins Gym gehen und so weiter. Und das einfach nur mal so aufschreiben. Und dann, wenn sie zu jedem individuellen Tag kommen, sich dann das quasi so hinlegen, wie sie möchten. Und die andere Gruppe sollte an jedem Tag neu einen Tagesplan machen. Also, okay, was will ich heute alles machen? Das, 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 das sind die Zeiten. Und die Studie hat ergeben, wir machen das so, pausiert mal kurz das Video und schreibt rein, welche Gruppe ihr glaubt, das mehr geschafft hat, die selbstdisziplinierter war. Schreibt das mal bitte kurz rein. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kommt jetzt die Auflösung. Ihr könnt es eigentlich selbst auch nicht geglaubt. Aber scheinbar scheint es wirklich so zu sein, dass die Monatspläne effektiver waren. Das bedeutet, ihr dürft jetzt euren eigenen Kommentar liken, wenn ihr Monatspläne gesagt habt. Deswegen, weil die flexibler waren und du dich im Prinzip nicht so krass drauf festgelegt hast. Fand ich ganz interessant. Meine eigene Meinung ist dazu, ehrlich gesagt, sogar ein bisschen anders. Ich glaube, du solltest ein Ziel haben und auch einen langfristigen Plan, der auch sehr gut variabel ist, weil du kannst natürlich nicht in zwei Wochen schon wissen, was genau an dem Tag ist. Aber glaube ich, trotzdem sollte man Tagespläne machen, weil du so einfach viel fokussierter in jeder Stunde weißt, was du zu tun hast. Deswegen glaube ich, eigentlich ist die Kombination aus beiden das Besten. Aber grundsätzlich einfach mal zu wissen, okay, langfristige Pläne sind teilweise sogar effizienter als immer nur diese kurzen Sprints am Tag. Und mit Sprints meine ich nicht echte Sprints, sondern halt vom Planmäßigen. Also nur ganz kurz, okay, bis dahin will ich das machen, dann bam, bam, bam. Weil du musst am nächsten Tag wieder planen und bist vielleicht überarbeitet und so weiter. Deswegen das auch ganz interessant in Bezug auf die Willenskraft, dass sozusagen, wenn wir uns langfristig überlegen, okay, was will ich alles machen, dass wir da eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Ganze auch umzusetzen. Und wenn es zur Frage kommt, ja, wie sinnvoll ist denn Willenskraft, kann man das überhaupt trainieren und so weiter, gibt es auch immer einen Haufen Glaubenssätze, die Leute haben. Ich will euch jetzt mal eine Story vorlesen, die mich auch richtig krass inspiriert hat, wo man einfach wieder merkt, ey, wir sind so weit weg von unserer Leistungsfähigkeit, das ist unfassbar, es ist unfassbar. Jetzt passt mal auf, es geht hier um einen Typen, der sozusagen, das Unterwasser-Luftanhalten sozusagen, richtig extrem betrieben hat und da ging es dann drum, dass er in der Show war, war sogar so festgekettet irgendwie, dass er wirklich nicht nach oben raus konnte und hat sozusagen versucht, den Weltrekord im Unterwasser-Luftanhalten aufzustellen. Und da ging dann ein bisschen was schief und da lese ich euch jetzt den Auszug vor. Müsst ihr euch vorstellen, er sitzt da quasi, ist in diesem Wasserpupen, cool, versucht sich voll auf sich selbst zu konzentrieren und draußen ein riesiges Publikum und Kameras, die quasi diesen Weltrekord versuchen jetzt, ja, versuchen mitzuverfolgen und in so einer Situation wirst du natürlich vor allem fokussiert sein, was eine doppelte Challenge ist und so wird die ganze Story hier beschrieben. Sein Puls war schneller als gewöhnlich und als er die Luft anhielt, verlangsamte er sich nicht, sondern blieb bei über 100. Schlimmer noch, er konnte sein Herz rasen hören, weil das Herzrhythmusmesser zu dicht neben der Kugel aufgestellt worden war. Das rasche Piep, Piep, Piep lenkte ihn ab und hinderte ihn zulässig daran, sich zu entspannen. Nach etwas über einer Minute war sein Puls auf 130 gestiegen und Blaine, so hieß der, äh, Rekordversuche, war klar, dass er ihn nicht kontrollieren würde können. Während die Minuten vergingen und sein Körper immer mehr Sauerstoff verbrauchte, blieb er bei über 100. Statt in meditative Ruhe zu versinken, beobachtete er versessen seinen Puls und den schmerzhaften Anstieg des Kohlendioxids in seinem Körper. Nach sieben Minuten war er sicher, dass er es nicht schaffen würde. Nach neun Minuten, neun Minuten unter Wasser, ohne zu atmen. Crazy. Nach neun Minuten kribbelten Arme und Beine, da der Körper Blut aus den Gliedmaßen abzog, um die wichtigen Organe zu versorgen. Nach elf Minuten spürte er schmerzhaftes Pochen in seinen Beinen und hörte ein lautes Klingen in den Ohren. Nach zwölf Minuten fürchtete er, dass das Taubegefühl in seinem Arm und die Schmerzen in der Brust auf einen bevorstehenden Herzinfarkt hindeuteten. Eine Minute später spürte er Krämpfe in der Brust und ein überwältigendes Bedürfnis, nach Luft zu schnappen, nach 14 Minuten hatte er, hatte sein Herz Aussetzer und sein Puls sprang wild zwischen 150, 40 und hin und her. Ich finde das so crazy, ich habe die Story nicht nachgeschaut, es fällt mir fast schwer das selbst zu glauben, aber einfach nur so eine Situation rein zu setzen, ist so krank. Aber es geht weiter. In dem Gefühl, dass ein Herzinfarkt bevorstand, löste er die Füße aus den Halterungen, damit ihn ein Notarzt-Team aus der Kugel ziehen konnte. Für den Fall, dass er ohnmächtig wurde. Er ließ sich nach oben treiben und blieb knapp unter der Oberfläche in der Erwartung, jeden Moment das Bewusstsein zu verlieren. In diesem Moment hörte er den Jubel des Publikums und wusste, dass er den bisherigen Weltrekord gebrochen hatte. Er sah auf die Uhr, hielt noch eine halbe Minute durch und tauchte mit einer neuen Rekordzeit von 17 Minuten und 4 Sekunden auf. Das Leid hat völlig neue Dimensionen erreicht, sagt er wenig später. Ich habe immer noch das Gefühl, als hätte mir jemand mit voller Wucht in den Magen geschlagen. Frage dann, aber warum haben sie diese Tutor durchgehalten? Das hat mit viel Training zu tun, erklärte er. Das gibt einem das Selbstvertrauen, auch etwas schwierigere Situationen durchzustehen. Und das finde ich crazy. Das finde ich wirklich crazy, wo wir halt auch wieder bei diesem Emotionsgedankenkontrollthema sind und so weiter. Wir denken immer, ja, es gibt Momente, da kann man einfach nichts machen. Aber dieser Typ war im Prinzip kurz vorm Tod. Ihr habt die ganzen Symptome gehört. Es ist natürlich absolut nicht empfehlenswert und im Prinzip krass fahrlässig, was er da gemacht hat. Aber mich inspiriert sowas trotzdem, weil man merkt, Alter, wenn der Typ ein Pochen in seinem Ohr hört, Herzaussätze hat, trotzdem noch unter Wasser ist, seit über 15 Minuten nicht atmen kann und trotzdem da noch über 2 Minuten drin bleibt, dann, und im Prinzip, und der Körper hat mit nur einer Sache ein riesiges Problem, okay, zu sterben. Und wenn du kurz vorm Sterben wirst und trotzdem diesen krassen Impuls noch kontrollieren kannst, dann denke ich mir immer, dann ist es nicht so schwierig, mal den Schokriegel jetzt nicht zu essen oder sich jetzt mal auf seinen Arsch zu hocken und zu leeren. Und deswegen wollte ich euch die Story unbedingt erzählen, weil es echt crazy ist in meinen Augen. Aber weiter im Text. Es gibt dann noch einen Unterschied zwischen Willenskraft und Willensausdauer. Willenskraft bedeutet sozusagen, was kann ich einmal schaffen. Beispielsweise gibt es ja diese Handtrainer, wo du quasi so immer drücken kannst, was halt mega anstrengend ist. Und Willenskraft bedeutet dann, wie viele Wiederholungen kannst du einmalig machen. Natürlich angemessen an deine eigene Leistungsfähigkeit. Also wie viel schaffst du da in Sachen Willenskraft noch mehr drüber hinweg zu machen. Und Willensausdauer bedeutet dann, oder Willenskraftausdauer, wie, wenn du das einmal gemacht hast und dann eine halbe Stunde später es nochmal machen sollst, wie viel näher kommst du wieder an deinen ersten Versuch ran. Deswegen, da sich einfach nur bewusst zu sein, es gibt Willenskraft, die man trainieren kann, wie viel schaffe ich einmalig, mich zu disziplinieren. Und Willenskraftausdauer bedeutet dann, wenn ich viele Dinge, was ja im Alltag immer so ist, dass du nicht nur eine Sache machen musst, sondern auch noch weitere, wie viel schaffe ich dann da, auch jedes Mal wieder Willenskraft reinzustecken. Deswegen sich da auch bewusst zu machen, auch wenn es nicht nur darum geht, einmal richtig viel zu schaffen, sondern auch konstant sehr viel zu schaffen und darauf auch seinen Fokus zu lernen, um das eben auch zu trainieren. Weil es ist trainierbar. Es ist trainierbar. Ihr habt es gerade auch in der Story gehört, es ist absolut trainierbar und auch absolut erstrebenswert, da richtig gut drin zu sein. Genau. Und dann war es noch interessant, man hat beispielsweise auch versucht, Leuten nur einen Lebensbereich verbessern zu lassen, beispielsweise, dass die ihre Ernährung tracken oder dass sie öfter in den Sport gehen. Und nur diese eine, eine Veränderung hat auch alle anderen Lebensbereiche verändert. Und das finde ich richtig krass. Deswegen bin ich auch so ein krasser Fan von Meditation. Weil Meditation ist wirklich maximale Disziplin. weil du kontrollierst deine Emotionen, dir wird es saulangweilig werden. Du kontrollierst deine Gedanken, weil du wirst an so viele Dinge denken und trotzdem, nein, einfach los den Atem konzentrieren. Du wirst deine Impulse kontrollieren, weil du wirst als Handy gehen oder dich irgendwie ablenken. Und im Prinzip auch Leistung, die Konzentration, weil du dich voll auf deinen Atem konzentrierst. Und das bedeutet, Meditation kombiniert in Sachen Selbstdisziplin alle vier Aspekte, die wir kontrollieren können und du trainierst das. trainiert es mit Meditation, es ist absoluter Killer und es will sich nicht mal so krass wie Training anfühlen, weil es dich eben in so einen krassen State reinbringt. Und das ist einfach so krass einzigartig. Deswegen empfehle ich euch richtig krass. Ich werde am Freitag glaube ich auch noch ein Video hochladen über so einen Hustle Rush Modus versus Mindful Focus mit ein richtig krankes Video. Da gehe ich eben genau darauf ein. Und Meditation bringt dich eben aus diesem Hustle Rush Modus in den Mindful Focus Modus, der einfach so viel effektiver ist. Deswegen zieht euch das Video unbedingt rein. Und da funktioniert einfach auch ganz, ganz viel über Meditation. Jetzt noch abschließend die Strategien, wie wir das Ganze schaffen, wirklich unsere Selbstdisziplin auch durchzuhalten. Erste Strategie, Selbstverpflichtung. Das bedeutet, mach einen Vertrag mit dir selbst, erzähl jemand anderem, dass du das machen wirst, komm bitte dich selbst dazu, setze es dir als Ziel, dass du alle Sachen machen möchtest. Weil dann gibt es keinen Ausweg mehr, es gibt keine Gedanken mehr, soll ich das machen, kann ich lieber was Besseres machen. Das ist klar für dich, okay, es wird anstrengend, ich werde vielleicht Angst haben, was weiß ich, je nachdem, um welches Thema es geht, aber ich werde es trotzdem machen. Strategie Nummer 1. Zweite Strategie, Automatisierung. Das bedeutet, Gewohnheiten und das bedeutet Umgebung. Gewohnheiten bedeutet, versuch deine Handlungen zu automatisieren. Wenn du eine gute Morgenroutine hast, musst du nicht mehr nachdenken, du musst auch keine Willenskraft aufwenden, weil es ist schon das, woran sich dein Körper gewohnt hat, was er natürlich macht und da musst du auch nichts mehr beeinflussen. Und Umgebung bedeutet natürlich, wenn du keine Schukoriegel essen willst, sorg einfach dafür, dass du keine Schukoriegel siehst, dass deine Mom keiner einkauft oder dass sie einfach kurzsächlich nicht im Haus sind. Das ist einfach das, was mit Umgebung gemeint ist. Dritte Strategie, richtig interessant, Hilfe von höheren Mächten. Das bedeutet, für die Leute, die gläubig sind, an Gott glauben und quasi denken, dass Gott einem immer hilft. Wenn man daran glaubt, ist das eine super Unterstützung. Ich persönlich bin total ungläubig. Ungläubiger. Aber auch ich persönlich beispielsweise, in meiner Meditation am Morgen, denke ich sehr oft an das Universum. Also es gibt ja viele Leute, die sagen, oh, das Universum guidet mich und was weiß ich und kann man über alles diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht. Aber ich persönlich nutze es einfach für mich selbst, weil ich einfach merke, okay, du hast eben dieses Gefühl von Sicherheit. Du hast das Gefühl, dass du es schaffen kannst. Und deswegen macht es euch zunutze, egal ob es jetzt ein Gott in der Religion ist, an den ihr glaubt oder das Universum oder einfach nur an euch selbst oder whatever. Versucht euch irgendeine höhere Kraft zu schaffen, wo ihr das Gefühl habt, die hat alles unter Kontrolle und sie ist auf eurer Seite. Dann kriegt ihr einfach nochmal so ein krasseres Level an Selbstdisziplin, was echt ein mega interessanter Hack ist. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Das funktioniert wirklich. Und ich glaube wirklich an keinen Gott oder so, aber es funktioniert wirklich. Und dann zu guter Letzt, vierte Strategie, das Umfeld, habe ich schon öfter darüber gesprochen, wie entscheidend das Umfeld ist, ist einfach ein Game Changer. Wenn du Leute um dich herum hast, die auch selbstdiszipliniert sind, wirst du auch selbstdiszipliniert sein. Deswegen, ihr merkt schon in den ganzen vier Punkten, es geht gar nicht mal mehr so krass am Ende um Willenskraft, weil Willenskraft ist einfach anstrengend zu nutzen. Es geht eigentlich darum, eine Struktur zu schaffen, in der du möglichst wenig die Willenskraft nutzt. Trotzdem solltest du sie trainieren und es macht manchmal Sinn. Aber am effektivsten ist es, wenn du eine Umgebung, ein Umfeld, Automatisierung, Selbstverpflichtung, Hilfe von höheren Kräften und so weiter nutzt, um einfach automatisch gut zu laufen. Das ist eigentlich so die beste Strategie. Deswegen seid auch gut zu euch selbst. Viele Leute, die mit Selbstdisziplin und so weiter anfangen, sagen immer, oh, ich muss und Erfolg und ja. Und immer dieses, aber da wirst du irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Deswegen seht das alles so ein spielerisches Thema. Kniet euch auch mal richtig rein. Es muss auch manchmal richtig hart sein. So funktioniert Willenskraft und Disziplin nun mal. Aber ganz allgemein, seid gut zu euch und belohne dich dafür, dass du Selbstdisziplin bist. Feier dich. Deswegen versuch das ganze Thema ein bisschen lockerer auch anzugehen, weil Spaß ist auch ganz, ganz entscheidend bei dem Ganzen. Und dann werdet ihr einfach ein geiles Leben führen. Denn ab dieses Zitat noch, maximale Selbstdisziplin ist maximale Freiheit. und das ist einfach super, super wahr. Hol euch das Buch. Ich empfehle es euch. Ich hoffe, die ganzen Tipps haben euch geholfen. Ich glaube, wir machen euch. Wir beusehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Die heilige Macht der Disziplin. Übrigens, kein Front gegen die Kirche. Ich war selbst so lange in der Kirche. Ich bin mit der Eule ausgetreten, aber Religion finde ich allgemein gar nicht mal so schlecht.